Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P.O. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. In der letzten Folge haben wir einen Plan ausgelegt, was wir machen können. Der involviert leider aber Lambda und damit sind alle nicht einverstanden, deswegen müssen wir die jetzt alle aufheitern. Vor allem im letzten Kampf. Ja, wir wollen mit Lambda das gesamte Ellip vom Kern von Vodra einfach mal so absorbieren. Deswegen will Espelin den Körper mal ganz kurz ausleihen und ja, wie gesagt, die Meinung der anderen Charaktere ist nicht so berauschend. Deswegen sprechen wir eben mal, damit wir die ein bisschen aufweitern können. Tomorrow we risk all for our home world. Don't you two think you should get some rest? Captain, I can't sleep. Will you just talk to me? Alright. You said you were scared of losing the ones you love, right? I know how you feel. I know it better than most. But you must not let yourself be ruled by fear. Let me ask you a question. What's the best way to be with those you love? To protect them? Correct. But to do that, you must transform your fear into strength. Fear into strength? However, strength alone is not enough. You must also believe in those you love and honor their feelings. The better you know a person, the easier it is to keep them safe. You are an ancient creature, Sophie. But in many ways, you are still a child. Life has lessons yet to teach you. Some will be enjoyable. And some will come with pain. You must face the painful lessons and learn from them. It's the only way to grow stronger. When we have finished this business with Fodra, you will be stronger for it. And then I can protect you all? I have no doubt. And before we will die, we will die all die. Thank you, Captain. Same to you. Good luck tomorrow, Asbel. Good luck tomorrow, Asbel. Ich denke nicht. Wir gucken mal, wer noch überall ist. Ich meine, hier war... Ich bin nicht Pascal. Wir haben eine Muschel herstellt. Wo kann ich denn nochmal die Titel kaufen? Warte mal. Da, Richardo. Was hast du denn zu sagen? Du kannst ja mit Lemner aus. Asbel, Sophie. Du kannst nicht schlafen, Richard? Ich versuche, aber ich schäte, dass es eine verletzte cause ist. Ich kann nicht stoppen, zu denken über morgen. Über was ich würde, wenn du so bist, wie ich mich. Ich habe gesagt, das wird nicht passieren. Erinnerst du, als wir jung waren? Es macht mich glücklich, dass du mich verletzt hast. Wenn ich mich verletzt habe, ich habe einen schrecklichen Fehler nach dem anderen. Aber es hat mir geholfen, dass ich dich unterstützt habe. Ich bin nicht so, wie ich dich. Without diesen Vertrauen, ich würde nicht sein, dass ich jetzt bin. Es ist das gleiche mit Lambda. Ich muss ihn信nen. Ich muss ihn glauben. Ich muss ihn glauben, was er macht uns zu retten. Wenn Lambda in mir war, ich... ich bin schlafen von ihm. Ich konnte ihn nicht so, wie du kannst. Was? Das ist ja immer unbedingt da. Was? We used to feed off resentment and it allowed our hatred to grow strong we believed we could save the other from loneliness but I don't need to tell you how that turned out. Du und ich sind beide mit diesem Mann verabschiedet. Ich verabschiede meine Schuld. Der Weg, den du wählst, ist für dich. Lambda. Asbel, ich habe gerade gehört von Lambda. Sophie, ich denke, Asbel und Lambda sind eigentlich zusammen. Du musst ihn wieder kämpfen. Ich verabschiede ihn wieder. Ich habe auch mein Vertrauen in Lambda entschieden. Danke, Richard. Kannst du mich hören, Lambda? Ich weiß, dass ich dich verabschiedet habe. Und du möchtest nicht, was ich sagen muss. Aber bitte, bleib Asbel sicher. Es war die, die es am schlimmsten mitgenommen hat. Hm, was sie noch mal. Sie war doch irgendwo. Vielleicht muss ich ja hier wieder zurück. Ich meine, sie hat unten irgendwo gewartet. In dieser Gegend. Oh, wir sind jetzt woanders, was? Na, Sheria. Was geht? X-Fahria? Hey, Sheria, are you still mad? I'm worried, Asbel. I'm not mad. Oh. Sorry. Look, can't you find a way to trust Lambda? Ich will, ich mache. Aber ich... Hör, wir machen eine Prozesse. Eine Prozesse? Ich habe etwas gelernt von all diesem. Als ich jung war, dachte ich, dass meine Familie mich zurückgehalten hat. Aber jetzt weiß ich, dass sie so gemacht haben, weil sie mich interessiert haben. Also habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, dass ich mich interessiert über jemanden in der gleichen Weise. Und ich denke, nur zwei Menschen, die die Bälle sind. Zwei? Bitte nicht sagen, dass du mir planst, eine Sophie adoptierst. Nein, Scheria. Was ich brauchen, ist jemanden, nach Sophie mit mir. Oh. Diese Person hat immer so nahe zu mir. Aber ich bin zu dumm, um sie zu sehen. So, wenn wir zurückkommen, ich plan, zu erzählen. Aber jetzt, ich brauche Sie mich zu glauben. Ich glaube, dass du mir verletzt hast. Und ich glaube, dass du uns beide verletzt hast. Und du hast das, Scheria? Asbel. Asbel, wenn du eine Prozesse hast, musst du deine Pinkie benutzen. Ich glaube, so. Okay, Scheria. Es ist eine Prozesse. Es ist eine Prozesse. Wie du machst. Huh? Der Mann vor dir ist ein Fuss. Aber hinter seiner Idiotie schützt ein Lager von Stahl. Ich erheb ihm viel. Und ich werde das Geld retten, für die beste von meinen Fähigkeiten. Jedoch, dieser Fuss hat sogar mich versuchelt. Wer weiß, was er in Zukunft könnte. Er hat bereits gezeigt, dass er seine eigene Leben weggebracht wird. Er weiß, dass du das verstehst. Und ihn zu seiner Probe. Diese Fuss. Entschuldigung, was? Äh, nichts. Hör auf mich, Asbel. Wenn du keine Probe, dann werde ich dir niemals vergleichen. Du sagst nicht etwas für eine Probe? Was? 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 Eine Nagel ins Auge und Sophie sucht nach einem Nagel? Okay, warum? Und nicht? Okay. 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 Ich sehe dich beide morgen. Okay, können wir jetzt ausschlafen gehen? Sehr schön. Glaube ich. Entschuldigung. Wenn du deine Gesichter bist, habe ich angefangen, auf etwas, was mein Vater sagte. Als ich dich erst zurückgebracht habe, hat er mir gesagt, dass ich mich nie kann, um dich zu tun. Ich frage mich, was er jetzt sagen würde. Haha. Ich glaube, dass er immer sagen würde, dass ich es nicht machen kann. Ich wünsche mir oft, dass ich wiedersehen kann. Er war ein guter Mann, du kennst. Er wollte das beste für seine Zukunft, und für uns. Ich will seine Hoffnung und seine Hoffnung in den Zukunft. In den Zukunft. In den Zukunft. Ich will die Menschen von Launt leben glückliches Leben. Auch wenn nur ein bisschen. Und ich will das gleiche Glück für ihre Kinder, ihre Eltern und ihre Eltern, und weiter. Aber ich habe nur ein Leben, du kennst. Es gibt nur so viel, was ich tun kann. Ich denke, es wird es für meine descendants, um den Legasen zu tragen. Ich hoffe, sie sind bereit. Ich hoffe, sie denken, dass dieser Traum so wichtig ist wie ich. Es ist schlecht, dass ich nicht zusammenbleiben und sehen, wie es aussieht. Ich werde das ein wenig vor. Ich werde es mitnehmen. Ich werde es mitnehmen. Ich werde es mitnehmen. Ich werde es mitnehmen. Sofie. Okay, dann gehen wir jetzt schlafen. Sehr schön. Stimmt ja, mit Sophie hatten wir noch nicht so ein Gespräch. Da muss ja auch noch kommen. Sie hat noch nicht mit Lambda geredet. Wie fühlst du dich mit der Sache über Lambda? Falls dieser Satz überhaupt kann man richtig machen. Bäh. Ich will auch eine Pause. Aber nach Hause ohne Pause. Hier ist das nicht. Mah. No, das... Naja. Man hat ja schon irgendwie gesehen, wie das alles ausgeht. Ich meine, das Ending habt ihr ja gesehen, ne? Hat man schon gesehen, ne? Ja. Also wird man ja schon irgendwie wissen, was passiert als nächstes. Das habe ich ja schon immer. Das Spiel, das war ja früher nur für die Wii in Japan. Und ich frage mich, wie die Story da irgendwie so beendet haben. Ich meine, die Story... Ich muss die jetzt eigentlich schon 15 haben, ne? Ich meine, die Story war das so, dass... Keine Ahnung. Irgendwas hier. Da das Spiel ja nicht danach weiterging. Deswegen frage ich mich, wie die in der Originalversion die Story abgeschlossen haben. Aber naja. Wir werden es nie erfahren. Hey, hey. Okay. Ich habe dich entschieden, zu vertrauen. Ich weiß, dass Asbel manchmal etwas schrecklich sein kann. Also take good care of him, ok? So, hätten wir was mit Leben der Auge geklärt. Mit jedem... Looks like we're all here. This ends today. We must shut down the cord, no matter what. Jo, ich werde mir Zeit lassen. Aber wir können ja schon mal weitergehen. Von Mäusen und Mechs. Oder Mechs. Hm, ich will wirklich aufgreifen, Mecha Asbel's Armaments. Aber nichts funktioniert. Lass mich sehen. Ja, ok. Aber... Do you even know, what you're looking at? Oh. There's a mouse caught in here. Sophie, take it outside! Ok. Hm. Hm. Das scared me. Ich weiß nicht, wie viel zu diesen Biscuitkrumbs haben. Willst du bitte stoppen, während du mit deinen Maschinen fiddlingst? Ok, ok. Anyway, jetzt dass es alles gepflegt hat, ich denke, es sollte funktionieren. Das fällt mir gut. Das fällt mir gut. Jetzt schauen wir mal. Nein, immer noch ein paar Teilen. Sind sie in deinem Haus? Wahrscheinlich. Es ist ein großartiges Wettbewerb, aber ich glaube, dass wir da hinten hüfteln können. Ähm, was jetzt? Ich weiß nicht. Ich bin nur noch gefragt, ob die Maschinen füllen wie diese sind. Das ist nicht lustig, Pascal. Ich glaube, ich weiß nicht, bis ich nach Hause zurückkomme. Los geht's! Don't tell me, Pascals Haus ist voll von ... Uff! Okay. Wir haben noch 10 Minuten, da können wir ja mal schnell hingehen. Zu amasianischen Enklave. Auf nach Pascals Haus, weil ich will Mekas beladen. Ich nehme an, wir bekommen ihn danach. Ha, 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 ha. Sehr schön. Ja, genau. Alles klar. Nach Barona müssen wir ja auch noch, aber das machen wir erst, nachdem wir weitermachen. Was ist was? Was ist was? Und wie soll Sophie es dann finden? Hm, sie hat auch noch eine Suche. Okay. Oh, hey, Fourier! Stopp singen! Du machst meine Augen blöden! Und was zur Hölle machst du hier eigentlich? Ich dachte, du warst auf Phaudra. Ich wollte, das zu ihm aussehen. Aber ich glaube, es sieht nicht aus wie ihn aus. Also, Sophie ist jetzt völlig entschuldigt. Ha, ha! Wer soll das sein? Hey! Asbel! Ja, dieser kleine Typ hier, dieser Hauptcharakter. Schon vergessen? Oh, ich... ... sehe. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Du hast auch mit Asbel gezogen. Du hast auch mit Asbel gezogen. Aber das sieht nichts wie ihm aus. Oh komm, es ist perfekt! Warte, was sieht Asbel wieder aus? Keine Ahnung. Oh, schau, da ist es! Was planst du damit zu tun? Komm, Fourier, gib mir eine Hand. Du wirst... Mach es dir selbst. Oh, meine Schöster ist schade. Okay, ich brauche dich nicht. Ich werde das so wie Asbel aussehen. Und dann werden die kleine Schöne geblieben. Okay, hier geht's! Oh, ich liebe dich mit meinem großen Hämmer! Willst du bitte nur kalt sein? Sie hat Spaß. Offensichtlich. Oh yeah! Ja! Und... Christo! Es ist... You just got it. I'll protect you. It's Asbel. It's Asbel! It's Esbel! Yay! Well, if it makes Sophie happy... I swear, Pascal, will you ever grow up? Huh? Sehr schön. Pastel, Pascal, okay. Sehr schön. Webertraum! Ja! So, jetzt haben wir 20 Minuten. Jetzt können wir gleich ein paar Bänden. Da gibt's irgendwas, was wir machen können, was so von weniger Bedeutung ist. Was ist das jetzt von weniger Bedeutung ist? Warte mal. Hast du das Gefühl, wir bekommen... Hmm... Mal kurz was gucken. Der hat ja sein Tempo schon, ne? Ja, natürlich, also schon. Das ist ein Tempo schon, ne? Wo sind wir? Wo sind wir? Da, mein Gott, okay, das heißt, das eine ist auch irgendwie irgendwie was mit der Tempo Fähigkeit zu tun. Weiß ich nicht. Heute steht ja noch offen überhaupt. Weiß ich ja nicht. Wo man hat nochmal nach... Hier, ne? Da können wir alles nicht machen, verdammt. Kann man alles nicht machen? Verdammt. Warte mal. Der Katar Sammler. Ist der auch ein Flutschaktor? Äh, nein, der irgendwo am Hafen oder so wartet. Ich weiß nicht, wo man nochmal... Ich weiß nicht, wo man nochmal... Ja, ne? Steht ja noch im Future-Arkter? Ist der richtige? Dann muss man nach, Herr Werd... Ich weiß nicht, wie man so dahin kommt, deswegen gehe ich mal so lange. War eigentlich immer noch so ein... Jetzt habe ich nicht mehr so ein schwarzes Ding. Okay. Ich muss schon sagen, also war ich doch am trainieren in der letzten Folge, also vor der letzten Folge. Sehr schön zu wissen. Ich hoffe, der Typ hockt da noch irgendwo rum, damit wir ein paar Karten abgehen können. Oder zeigen können, damit er uns Belohnungen gibt. Was ganz viel ich dazu bekommen habe. So, bitte sagen, du stehst da. Äh... Äh... Ein Kettchen. Verlorenes Fußkettchen. Berührst du es, äh... Du brauchst dich eine seltsame Energie. Übrigens stimmt mit der Fußkette, die ich euch gerade gegeben habe, etwas nicht. Vielleicht ist das Beste, sie der eigentlichen Besitzerin zurückzugeben. Ui... Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel mal gesehen habe. Ich habe eher deinen Altmann sehr, sehr glücklich gemacht. Meistertourne kommen. So, wie viel haben wir denn dann bis jetzt? 50. Wir können Symphonie-Zepter, Erweckungshittra, und einen magischen Kartar bekommen, ey. Wann schon immer so viel zur Verfügung? Eum Menach? Okay. Wupsala. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß, was ich im nächsten Part mal aktiviere. Wie nur noch sei. Ich bedanke mich aller herzlich für's Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge, wo wir dann auf zum Dingens gehen. Zum äh... Letzten Dungeon. Nehme ich mal an. Spoiler. Ich freue mich alles voll. Wie nur noch sei. Ciao. Mama. Mama. Auf interesting, bitte grade. Boo- .